Scholz-Berater Kukis wird Lindner-Nachfolger. Volker Wissing verlässt die FDP. Scholz-Berater Kukis wird neuer Finanzminister. 8 Uhr und 50 Minuten. Der bisherige Wirtschaftsbereiter von Bundeskanzler Olaf Scholz, SPD. Jörg Kukis wird Nachfolger des entlassenen Finanzministers Christian Lindner, FDP. Das erfuhr die deutsche Presseagentur aus Regierungskreisen. Zuvor hatten ARD und die BILDE darüber berichtet. Wissing verlässt die FDP und bleibt Verkehrsminister. 8 Uhr und 42 Minuten. Volker Wissing will trotz des Bruchs der Ampelkoalition Bundesverkehrsminister bleiben und tritt aus der FDP aus. Er wolle nicht in eine andere Partei eintreten, sagte Wissing in Berlin. Nach dem gestrigen Koalitionsausschuss hat Herr Bundeskanzler mich in einem persönlichen Gespräch gefragt. Ob ich bereit sei, das Amt des Bundesminister für Digitales und Verkehr unter den neuen Bedingungen fortzuführen, berichtet Wissing. Ich habe darüber nachgedacht und dies gegenüber Herrn Bundeskanzler Scholz bejaht. Er möchte mit seiner Entscheidung keine Belastung für seine Partei sein, sagt er weiter. Ich habe deshalb heute Herrn Christian Lindner meinen Austritt aus der FDP mitgeteilt. Er distanziere sich damit nicht von den Grundwerten seiner Partei und wolle auch in keine andere Partei eintreten, so Wissing. Die Ampel ist zerbrochen. Volker Wissing verlässt die FDP und bleibt Verkehrsminister. Ein Scholz-Berater wird Lindner Nachfolger. Der Kanzler kündigt für den Januar die Vertrauensfrage an die Union fordert frühere Neuwahlen. Alle Entwicklungen im Ticker. 12 Uhr und 25 Minuten. Die drei Ampelparteien hätten unterschiedliche Ansichten zur Wirtschaftspolitik gehabt, dass der FDP habe er mit seinem Papier vorgelegt. Dabei habe sich gezeigt, dass jede Partei eine eigene Richtung sehe. Auch Bundeskanzler Olaf Scholz hat ein Papier vorgelegt im Titel »Kommt Agenda vor« im Papier nicht. Die Bürger können nun beurteilen, wer welches Angebot gemacht hat, wer die wirtschaftliche Zukunft des Landes sichern will. Dabei hält er zwei Papiere hoch. Er sei sicher, dass die Bürger in der Lage seien, sich ihr eigenes Urteil zu bilden. 12 Uhr und 27 Minuten. Am Mittwoch sei vom noch amtierenden Bundeskanzler der Vorschlag unterbreitet worden, der Ukraine noch einmal 3 Milliarden Euro zusätzlich zur Verfügung zu stellen. Entscheidender sei aber, der Ukraine die Waffen zur Verfügung zu stellen, die sie brauchen, ihr das Waffensystem Taurus. Dazu sei die Regierung nicht bereit gewesen. Lindner sagt aber, Dass es um etwas anderes gegangen sei, 15 Milliarden Euro zu bekommen, um von den notwendigen Entscheidungen abzulenken, dabei habe es keinen Plan gegeben. Damit hätte ich meinen Amtshalt verletzt und das wusste der noch amtierende Kanzler. Das war der vorsätzliche Bruch der Ampelkoalition. 12 Uhr und 29 Minuten. Auch Lindner spricht davon, dass ein geordnetes Ende der Koalition die Alternative gewesen sei, um mit dieses Kapitel in Würde und Ordnung zu beenden. Er habe deshalb dem Bundeskanzler bereits am Sonntag vorgeschlagen, den Weg zu Neuwein freizumachen und das am Mittwoch wiederholt. Die FDP wäre auch bereit gewesen, einer noch geschäftsführenden Regierung anzugehören. Stattdessen gab es gestern eine Entlassungsinszenierung, um dann doch meinen Vorschlag aufzugreifen, sagt der FDP-Chef. Das Bundeskanzleramt darf keine Wahlkampfzentrale werden. Das Richtige für unser Land wäre die sofortige Vertrauensfrage und rasche Neuwahlen. Lindner Vorwurf gegen Scholz, das war der vorsätzliche Bruch der Ampelkoalition. pokemon